Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Vom Leiter verschiedener Resorts in der Verlagswelt wechselte Thomas Forster zum Premium-Hersteller Hans Grohe. Sein neues Spezialgebiet seit dieser Zeit, vom Schwarzwald aus, leitet er das Global Digital Marketing. Wenn man bedenkt, dass das Unternehmen zu den wenigen Global Playern der Sanitärbranche weltweit gehört, 5000 Mitarbeiter beschäftigt und Produkte in 140 Länder liefert, ist es spannend zu hören, wie er für die beiden Marken Hans Grohe und Axor digitale Kampagnen plant und entwickelt und wie er mit seinem Team deren Performance steuert. Schwerpunkte seines Aufgabenspektrums sind neben klassischen Display-Ads, besonders Social-Media-Ads bei Facebook, Instagram und YouTube, sowie sehr und ständige Suchmaschinenoptimierung. Zu den strategischen Aufgaben gehören unter anderem auch die Global Social-Media-Strategie. Warum ist es für Unternehmen wichtig, digital-affin zu werden und zu sein? Wie lassen sich die Ergebnisse seiner Arbeit messen? Diese Antworten bekommen wir heute aus erster Hand. Viel Spaß also mit dem folgenden Interview und meinem Gast Thomas Forster. Thomas, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier zugesagt hast für ein Interview im Markenrebell-Podcast. Und bevor wir richtig loslegen, vielleicht stellst du dich selbst nochmal kurz vor, wer ist Thomas Forster als Privatperson und was genau du beruflich machst. Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Thomas Forster, ich bin 48 Jahre alt und Vater von zwei Töchtern, 12 und 14. Das ist schon so eine Herausforderung für sich. Und wir leben in Offenburg, für die, die sich in Süddeutschland vielleicht nicht ganz so gut auskennen. Das liegt ungefähr zwischen Karlsruhe und Freiburg. Und ja, ich arbeite seit fünf Jahren für Hans Gruhr im digitalen Marketing. Das heißt, wir entwickeln, wir schalten und wir steuern weltweit digitale Werbekampagnen für unsere beiden Marken Hans Gruhr und Axor. Spannend. Zwei Töchter ist natürlich eine echte Herausforderung. Also jetzt nicht nur, weil es zwei Töchter sind. Vielleicht auch so im Hinblick auf die Zukunft, wenn wir so über digital nachdenken. Ja. Ich frage da mal ganz gerne nach, weil ich selbst Papa von vielen Kindern, fünf an der Zahl, mache mir natürlich auch so meine Gedanken. Gerade so um was mit den Buben oder auch mit den Mädchen da so in der Zukunft, was sie so erwartet. Inwieweit schaffen wir es, dass wir in unserem Bildungssystem, aber auch im Elternhaus so diese Trennung einfach vermeiden, dass digital irgendwie nur was für Jungs ist und weniger für Mädchen. Wie macht ihr das? Wie führt ihr eure Mädels da so ran? Das ergibt sich zum Teil und zum Teil ist es tatsächlich dann auch, wie du schon sagst, zu Hause auch eine Einführung. Also vieles geht tatsächlich dann auch über die Schule. Das fängt an bei einer WhatsApp-Klassengruppe. Das ist auch durchaus eine praktische Geschichte. Also früher, wenn man mal krank war, dann musste man irgendwie seinen Freundeskreis abklappern, um dann an die Hausaufgaben und dergleichen zu kommen. Hier ist es dann so, dass tatsächlich dann auch die Arbeitsblätter reingestellt werden in die WhatsApp-Gruppe. Also man ist dann da schon auch sehr stark auch im Dialog. Das Ganze wird auch vom Lehrer in dem Fall moderiert. Das stellt dann auch sicher, dass da halt auch kein Unsinn dann angestellt wird. Und zu Hause, ja gut, da ergibt sich vieles aus den Plattformen, die sie nutzen. Und am Anfang haben wir das eben mit den Kiddies dann erschlossen, ausprobiert. Aber irgendwann entlässt man sie ja dann auch in die digitale Selbstständigkeit oder Scheinselbstständigkeit, spätestens dann in der Pubertät. Und dann muss man eben hoffen, dass da so ein bisschen die Saat, die man gesät hat, verantwortungsvoller Umgang etc. als Stichworte, dass das dann auch wirklich aufgeht. Und dass da eben dann auch, wenn es auch mal tatsächlich zu Problemen kommen sollte, auch gerade in der Klassengemeinschaft, dass sie dann auch Rat suchen, sei es jetzt bei den Eltern dann oder sei es bei den Lehrern oder bei wem auch immer, jedenfalls bei jemandem, der ihnen dann auch weiterhelfen kann. Wenn du so an deine Schulzeit zurückdenkst oder auch so den Berufseinstieg, gab es denn bei dir schon Berührungspunkte? Mit digitalen Medien? Naja, also mein Berufseinstieg, das war 1995. Da war ich mit der Uni fertig und das heißt, da ging es dann eigentlich erst so richtig los mit den digitalen Medien. Das war ja so ein bisschen der Start, kommerzielles Internet in Deutschland. Mein Berufseinstieg war ja in der Medienbranche. Und entsprechend war das dann mit den digitalen Medien auch ein Auf und Ab. Zuerst hat es keiner so richtig ernst genommen. Dann ist jeder hektisch reingegangen. Dann gab es den Dotcom-Crash. Also das war durchaus eine sehr wechselvolle Geschichte, die da stattgefunden hat. Und im Grunde sind wir da per Learning by Doing dann auch reingekommen. Also ich war in der Arbeitsgruppe zum Beispiel bei meinem früheren Arbeitgeber. Wir haben zum ersten Mal überhaupt hier die Zeitschrift, W&V war das damals ins Internet gebracht. Ganz schrecklich schrille Farben und fast schon ein Fall fürs Deutsche Museum aus heutiger Sicht, falls es da überhaupt so eine Abteilung gibt für digitale Sünden, die man dann so begangen hat optisch. Aber das waren halt so die ersten Schritte. Und so hat man sich dann nach vorne getastet und dann eben ausprobiert, was geht. Und manchmal auch schmerzhaft ausprobiert. Aber so hat sich das entwickelt. Und das waren so unsere ersten digitalen Gehversuche. Und dann ging es ja weiter mit Social Media und mit allen anderen Dingen. Ja. Ich meine, du warst in der Verlagsbranche unterwegs, was ja eigentlich so, kann man ja sagen, so die erste Branche war, die von dieser digitalen Welle erfasst wurde. Wie hast du das damals erlebt, als du die ersten Herausforderungen tatsächlich kamen, auch über Geschäftsmodelle nachzudenken? Ja, nicht nur nachdenken, sondern man hat halt wirklich gemerkt, dass was in der Zeitschriften-Zeitungsbranche gegolten hat, nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht sogar noch länger. Also das ist ganz klassische, es gibt redaktionelle Inhalte, es gibt Anzeigengeschäft und irgendwie läuft dann auch ein fertiges Produkt hier. Dann wird gedruckt, wird ausgeliefert. Das alles hat dann schon eine sehr schwere Erschütterung erfahren. Also Geschäftsmodelle wurden erst mal ganz brutal auf den Blutstand gestellt. Die Erlöse sind zum Teil rechts und links eingebrochen. Die Verlage waren damit beschäftigt, dann sozusagen einerseits die neuen Chancen wahrzunehmen, und andererseits auch hinten raus dann zu retten, was dann noch gerettet werden kann. Also es war zum Teil schon sehr dramatisch. Aber für mich als Jungspund sozusagen von der Uni war das eben auch sehr spannend. Und man hat dann eben auch sehr schnell da die Möglichkeit gehabt, mitzuarbeiten, zu versuchen, hier das Ganze und auch mitzuhelfen auf eine neue Grundlage zu stellen. Und das ging ja dann durchaus auch lange Jahre so. Also irgendwann hat sich dann auch die Medienbranche damit abgefunden, dass das Internet nicht mehr einfach so verschwinden wird. Und dann war so der Zeitpunkt tatsächlich da, wo man dann auch wirklich ernsthaft, auch mit gestandenen, sehr erfahrenen Verlagsmanagern, wirklich darüber sprechen konnte, wo liegen unsere Chancen und wie müssen wir versuchen, da sozusagen einigermaßen sinnvoll dann auch vorzugehen. Und einige Verlage waren da sehr stark vorne dran. Spiegel Online ist jetzt so der Klassiker, der da genannt wird. TV Movie übrigens auch im Jahr 1995. Und wir alle anderen haben uns da allmählich herangetastet. Und heute sind ja aus bestimmten Verlagsbereichen die neuen Medien auch nicht mehr wegzudenken. Ich denke so an Jobmarkt, so diese ganzen Geschichten. Also da ist es ja heutzutage wirklich sehr normal, die einschlägigen Portale dann da aufzurufen. Und das ist auch gut so, weil so entwickeln wir uns halt alle weiter. Und ich denke, das war eine spannende Erfahrung für uns alle. Ja, wie bist du dann bei Grohe eingestiegen, beziehungsweise was hast du vorgefunden? Also die Brücke sozusagen zu Grohe war, dass ich damals im Verlagsgeschäft dann so Neuentwicklungen, neue Produkte war. Das heißt, da haben wir dann schon tatsächlich in einem eher fortgeschrittenen Stadium uns dann mit Social Media, mit Blogs, mit Facebook-Präsenzen, das war dann, also wie man das Ganze eben weiter treibt, beschäftigt. Und das war dann auch der Brüderungspunkt oder die Brücke, die inhaltliche Brücke zu Hans Grohe. Und bei Hans Grohe war nun die Situation eben die, dass es eine Online-Redaktion gab und dass es eben da die berechtigte Vorstellung gab, dass man eben hier einerseits für eine Art Global Branding einen zentralen Ansatz benötigt und den dann wiederum ergänzt um lokale Inhalte. Also wenn man so will, so ein bisschen vorgeht wie eine Lokalzeitung. Man hat einen Mantelteil sozusagen als weltweiten Aufschlag und dann haben die einzelnen Länder sozusagen lokale Inhalte. Also dass man da durchaus von den Inhalten her gedacht hat, das Ganze dann entsprechend umgesetzt hat über die Websites, auch über die YouTube-Channels, Social Media und so weiter. Und ja, so eben ein bisschen zweigleisig dann da vorgegangen ist. Kannst du uns nochmal einen kleinen Überblick geben, was das Unternehmen Grohe ist? Also ich habe eine Bartarmatur, da steht es drauf, aber natürlich nicht so umfassend. Ja, natürlich. Also es gibt zwei Marken, die so ähnlich klingen, die aber nichts miteinander zu tun haben oder anders formuliert, die heute Konkurrenten sind, aber aus der gleichen Familie stammen. Das ist Hans Grohe auf der einen Seite und das ist Grohe auf der anderen Seite. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Adidas und Puma. War mal eine Familie, dann haben die beiden Marken sich auseinanderentwickelt. Hans Grohe ist die Marke, die nach wie vor im Schwarzwald zu Hause ist, angesiedelt ist, hier in Schildach das Headquarter hat und mittlerweile in 55 Ländern präsent ist, mit eigenen Niederlassungen, noch mehr Märkte abdeckt. Und Hans Grohe ist sozusagen da die Premium-Marke, wie du schon richtig gesagt hast, für Armaturen, für Duschen. Übrigens nicht nur Badarmaturen, sondern seit einiger Zeit auch in der Küche präsent. Und die zweite Marke, die wir hier haben, die dann eher das Luxussegment besetzt, ist die Marke Axor. Und da geht es eher um das Thema ganze Badkollektionen von Designern, also zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Philipp Stark oder mit anderen Namen, die man in der Designszene kennt. Und Grohe ist in Düsseldorf oder bei Düsseldorf beheimatet und gehört ja heute zu einem japanischen Unternehmen zu Flixil. Und ja, wir stehen da sozusagen in einer Wettbewerbssituation. Gibt es da vom Branding her, kann ich mir vorstellen, eine Verwechslungsgefahr im Markt? Oder wie handelt ihr das? Ja, das ist natürlich ein Thema, das wahrscheinlich beide Seiten tatsächlich umtreibt. Also, weil der Name ist nun mal, wie er ist. Und die Wurzeln sind da auch, ja, eben die familiären Wurzeln, die gleichen Wurzeln. Und ja, man könnte etwas überspitzt sagen, dass dann beidseitig übrigens wahrscheinlich 50% der Werbespendings, die man dann so im Markt lässt, vielleicht der anderen Seite zugutekommen oder so ähnlich. Ja, das ist eine spannende Challenge, das wirklich so zu positionieren. Ja, absolut. Ja, dass das im Markt, weil die Gefahr besteht natürlich für eine komplette Umbenennung, auch diesen gesamten Wert, der ja geschaffen wurde über die Jahre, der ja in die Marke einzahlt, zu verlieren. Gibt es ja schöne Beispiele. Absolut. Deswegen ist das natürlich eine interessante Aufgabe. Ja, so ist es. Lassen Sie uns nochmal über den digitalen Bereich sprechen. Wie groß ist denn jetzt das Team um dich herum, was diese globalen Digitalaktivitäten managt? Also wir sind hier in der Zentrale ein relativ kleines Team. Wir sind in der Holding, wo wir hier sitzen, fünf Personen. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, was wir da sozusagen alles machen, von Website über Social Media, YouTube etc. Man darf allerdings nicht vergessen, dass wir ja in Ländern dann auch wie so eine Art, ja, wie soll ich es formulieren, erweiterte Werkbank dann auch haben. Also es gibt in den Ländern eben auch mal große Digitalabteilungen in großen Märkten, wie Hans Kruhe in den USA zum Beispiel, mal kleinere. Denkt da an Südafrika, Türkei. Also es schwankt so ein bisschen zwischen den Märkten, aber da gibt es eben eine stetige Interaktion und gemeinsame Projekte und ein gemeinsames Vorgehen. Und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen ganzheitlicher sieht, dann sind wir ja doch immerhin im Bereich Marketing und Kommunikation dann 500 Leute overall. Das heißt also, da kann man dann auch schon mal das eine oder andere, auch größere Projekt dann anschieben. Außerdem haben wir so eine kleine Arbeitsteilung. Mein Team hat da den Schwerpunkt Vermarktung. Das heißt bei den Inhalten, da arbeiten wir dann auch mit Partnern, mit zum Teil freien Journalisten, mit Agenturen etc. zusammen, sodass wir dann das eigentlich ganz gut zusammenführen können auf den verschiedenen Plattformen. Was ich auch ganz spannend finde, ist, ich beobachte, dass so die Grenzen etwas verschwimmen zwischen Vertrieb, Marketing und den Inhouse-Digital-Divisions. Stellt Sie das auch fest, dass das immer mehr so ein bisschen, dass es immer mehr so Überschneidungen gibt, dass es gar nicht so stark getrennt wird? Ja, die Überschneidungen gibt es. Das hat, glaube ich, ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen, es gibt zwar so ein bisschen, wenn man so will, die Arbeitsteilung zwischen dem Branding, also was man erreichen möchte, und andererseits dann den Aktivitäten, die dann eher zum, in unserem Fall zum Handel, zum Endkunden gehen, zum POS dann sozusagen gehen. Aber die gesamte Kette dazwischen und alle Möglichkeiten, die sich dazwischen auftun und bieten, die sind auch sehr stark digitalisiert. Ich denke da auch an Werbeformen wie Digital Out-of-Home-Media. Also da wächst schon relativ viel zusammen, hat aber auch den Vorteil, dass so, ja, es gibt nicht mehr so diese zwei getrennten Welten, also dieses, das Sales-orientierte Marketing, das ist dann eben vor allem das, was dann bei uns auch aus der historischen Sicht die Länder machen, die ihre Märkte am besten kennen, die dann eben in Badausstellungen und wo auch immer sehen, dass da Hans Kohl gut platziert ist und den Jungs und Mädels in der Zentrale, die dann die großen, schönen, wie auch immer, kreativen Kampagnen dann hier anstoßen. Also da wächst auch schon viel zusammen und das würde ich sagen, ist dann da eindeutig der positive Aspekt, dass man da als Unternehmen auch nicht mehr so in zwei Welten dann irgendwo unterteilt ist. Lässt sich sagen oder eine Aufteilung geben, wie ihr verkauft, also welchen Anteil online am Umsatz, welchen vielleicht auch im stationären Handel mit Kooperationspartnern, lässt sich das irgendwie aufteilen? Das ist sehr schwer zu beantworten, weil es auch zum Teil von den Märkten abhängt. Also in den Märkten wie Deutschland, wo Hans Kohl logischerweise schon sehr lange, immer am längsten tätig ist, da gibt es für uns den traditionellen, den mehrstufigen Vertrieb. Das heißt, Hans Kohl verkauft da nicht direkt an den Endkunden, sondern eben über den Handel. Das kann dann wiederum in anderen Märkten, mit anderen Strukturen, dann wieder ganz anders aussehen. Deswegen ist das mit diesem Prozentsatz immer so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil natürlich kann man Hans Kohl Produkte auch bei Amazon zum Beispiel kaufen oder bei anderen Online-Plattformen. Aber da sind dann in aller Regel tatsächlich dann die Handelspartner am Werk und jetzt nicht in erster Linie sozusagen wir als Hersteller. Also das ist auch keine Strategie von euch, so eine E-Commerce-Strategie zu fahren, sondern das wird in der Regel über Partner. E-Commerce-Strategie schon, aber da geht es tatsächlich in erster Linie auch darum, die Partner da zu enablen, sozusagen. Aber wir sind da auch durchaus mit, beispielsweise mit Amazon direkt in Kontakt oder mit anderen Online-Händlern, weil die sind ja für uns dann in dem Moment eben auch Handelspartner, wie eben der klassische Sanitärhändler, Handwerker, wie auch immer um die Ecke. Also da merkt man schon, die Zeiten ändern sich auch und da geht es dann auch schon darum, was wird da auf den Plattformen benötigt, auch digitaler Content entsprechend. Wie kann man da Erfolge sozusagen auch messen? Klar, einerseits über Verkaufszahlen, aber andererseits ist es ja schon so, wir haben zwar 1,3 Milliarden Umsatz, aber es ist natürlich schon so, dass wir auch in Sachen Markenbekanntheit da auch noch Hausaufgaben haben und das muss eben dann im Marketing auch mehr oder weniger alles gleichzeitig funktionieren. Und da spielen aber auch jenseits des Digitalen auch durchaus klassische Ansätze noch eine Rolle, wie jetzt hier zum Beispiel die Tour de France, die jetzt stattgefunden hat, wo wir ja mit Boda Hans Grohe auch ein eigenes Team am Rennen hatten. Also daher hoffen wir uns schon auch noch mal bei der Markenbekanntheit noch mal ein bisschen zulegen zu können. Ich glaube, am Ende ist es sowieso ein Marketing-Mix, den es geben muss. Absolut, ja. Digital ersetzt nicht offline oder analoges Marketing, wie auch immer man das nennen möchte, sondern es muss ein sinnvoller und das ist ja immer eine individuelle Betrachtung je nach Unternehmen, ein sinnvoller Mix am Ende des Tages sein. Ja, und eben bei uns diese Verzahnung, also wenn man bei uns auf der Website ist, dann versuchen wir da schon von der sogenannten Customer Journey alles abzubilden, aber es endet eben zumindest in Deutschland an der Stelle, wo wir dann über unseren Shopfinder, wenn man so will, den Online-Kunden an den Händler vor Ort dann sozusagen übergeben, in Anführungszeichen. Jetzt gibt es ja den schönen Begriff Data-Driven Marketing. Ist es ein Begriff, der auch bei euch eine ganz wesentliche Rolle einnimmt und wenn ja, welche? Ja, Data-Driven Marketing, das ist in vielerlei Hinsicht ein Thema und auch eine Herausforderung und da sind wir auch sicher noch nicht da, wo die Reise am Ende hinführen wird. Zum einen geht es darum, dass wir im Bereich B2B aus traditionellen Gründen recht stark aufgestellt sind, dass wir aber sicherlich, und da kommt das Thema Daten ins Spiel, im B2C-Bereich noch stärker sein müssen und auch da gibt es durchaus viele Touchpoints, sei es über Messeausstellungen, über den Handel sowieso, sei es über die Website-User, sei es über das, was uns via Social Media erreicht, also bei Facebook zum Beispiel, wenn jemand, wenn ein Endkunde da Hilfestellung braucht, dann kann das schon sein, dass er dann da bei uns landet. Also da gibt es eine Vielzahl von Daten, auch aus Werbekampagnen, international generiert. Da ist Big Data dann tatsächlich auch wirklich ein großes Thema und in diese Verarbeitung, in die sinnvolle Interpretation der Daten, Clusterbildung, wir arbeiten hier auch sehr stark mit Persona zum Beispiel, Personas, in all diese Fülle zahlt das Ganze ein und das wird mit Sicherheit noch eine ganz große Herausforderung sein, für das Haus, diese Daten zu sammeln, noch mal neu zu bündeln, ich denke auch an den Bereich CRM und das dann eben tatsächlich für jede Abteilung entsprechend aufzubereiten. Also das ist sicherlich noch mal ein ganz dickes Brett, das zu bohren ist. Wie sieht da, vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren für uns, aber so eine Vorstellung kriegen, wie sieht so das Projektteam aus und was habt ihr euch für einen Zeitraum gesetzt, um euch diesem Thema weiter zu nähern? Also das wird auf jeden Fall eine Geschichte sein, die, ja, ich würde sagen, im Laufe des nächsten Jahres eine, noch mal eine schöne Fortsetzung erfahren wird. Wir sind jetzt soweit, auch technisch, dass wir da Ansätze, die es ja schon gibt, auch durchaus toolgestützte Ansätze haben, zum Teil noch ergänzen müssen, aber wo wir dann wirklich Dinge ab dem kommenden Jahr auch schon werden zusammenführen können. Und da würde ich mir dann schon erhoffen, dass wir dann da auch noch mal in neue Dimensionen vorstoßen. Ich denke insgesamt, man kann auch noch das mit einem anderen Begriff beschreiben, das ist auch ein Aspekt der digitalen Transformation, wenn man so will, im Marketing, mit der Digitalisierung auch von Prozessen und auch von Aufschlägen Richtung V2C, würde ich sagen, wird das aber in jedem Fall vom Setup her uns die nächsten fünf Jahre sehr, sehr intensiv beschäftigen. Ich würde ganz gern noch ein bisschen auf den menschlichen Aspekt eingehen und zwar wissen wir ja alle, Menschen kaufen gern von Menschen und jetzt habt ihr ein Produkt, das, wenn ich jetzt mal das Thema Armatur, Bartarmatur nehme, das ja irgendwie emotional aufgeladen werden muss. Meine wichtige Erkenntnis über die letzten Jahre war, dass Marke nicht nur bedeutet, Marken zu bauen in Form von Unternehmensmarken, sondern dass vor allem von innen heraus aus dem Unternehmen selbst Persönlichkeitsmarken die Marke dann am Ende die Unternehmensmarke tragen. Wie weit oder wie relevant ist das Thema Personal Branding bei euch? Also Personen, Menschen kommen da, würde ich sagen, in unterschiedlichen Varianten mit in diesen Prozess hinein. Also zum einen würde ich sagen, ganz handfest über den Handel. Der Installateur empfiehlt mir was. Das ist mal so die einfachste Ebene, die etwas indirektere Ebene ist dann, ich habe einen Architekten oder ich habe ein Immobilienprojekt, das entwickelt wird. Ich denke jetzt auch an den Hotelbereich zum Beispiel. Wer empfiehlt da was? Das kann dann eben zum Beispiel der Architekt sein. Im digitalen Bereich sind wir da sehr schnell auch beim Thema Influencer beispielsweise oder auch Designblocks und dergleichen. Also sprich, da entsprechend Kontakt zu halten und da diese Multiplikatoren, nenne ich sie mal ganz allgemein, egal jetzt ob klassischer Architekt oder wie auch immer, diese Personen sozusagen für die Marke dann auch immer wieder zu begeistern. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, sei es über Showrooms, die wir haben international, sei es über Messen und Ausstellungen oder sei es auch hier in Schildtag. Wir haben hier eine Showerworld, wo man die neuesten, tollsten, riesigen Duschen mit unglaublich vielen Strahlarten auch mal ausprobieren kann. Auch das gibt es. Wir haben auch Blogger-Events beispielsweise, wo wir dann hier nochmal Insights geben können. Also es stimmt schon, Marken brauchen auch irgendwo ein Gesicht und dieses Gesicht versuchen wir auch je nach Zielgruppe in unterschiedlicher Art und Weise auch zu geben. Ich mache jetzt mal so ein bisschen den Shift in Richtung Company Image, also Thema Employer Branding. Ich bin sicher, ihr braucht auch digital affine Mitarbeiter. Gibt es da Kampagnen, die ihr intern aufbaut oder Strategien, die ihr verfolgt, um A, die Mitarbeiter zu bekommen, durch spannende Projekte abzuholen, aber auch Gesicht und Flagge zu zeigen? Also neue Mitarbeiter, na klar, auch im Bereich digitale Medien, aber nicht nur. Wir haben da sehr viele Berufe, die wir da eben auch abdecken müssen. Auch was die Strahlforschung zum Beispiel angeht, das wird schnell auch beim Thema Ingenieure und so weiter, also durchaus auch eine rare Spezies oder eben einfach Menschen, die im Moment in den unterschiedlichsten Firmen auch sehr begehrt sind. Da gibt es dann wiederum im HR-Bereich, in der Talentschmiede, die unterschiedlichsten Ansätze, sei es jetzt über Hochschulmessen, sei es über Kooperationspartnern in den Hochschulen, sei es über Exzellenzprogramme, wo wir uns dann vorstellen können und wo wir auch mal Studenten aus bestimmten Studiengängen einladen. Da versuchen wir auf jeden Fall einiges. Das Ganze findet dann sogar schon Richtung Schülerpraktikum und dergleichen dann schon seinen Anfang, um da einfach auch im Gespräch zu bleiben für die unterschiedlichsten Berufsgruppen, weil wenn Baden-Württemberg jetzt auch als Bundesland etwas auszeichnet, dann ist es ja bestimmt das, dass es hier eben sehr viele auch durchaus Technologiefirmen gibt und da ist dann schon ein Wettbewerb auch mit den ganz großen unter Umständen gegeben, hier mit den Porsches und Daimlers dieser Welt, aber auch mit den ganz vielen Mittelständlern, die es hier gibt und irgendwo dazwischen befindet sich dann auch Hans Grohe und so versuchen wir da im Gespräch zu bleiben, auch mit Bachelor und Master arbeiten, wo wir dann da zusammenarbeiten und dergleichen und auch Tage der offenen Türe, also auch so das, ich sage jetzt mal übliche Instrumentarium, das man da so abbilden muss und da geht Hans Grohe auch mal durchaus auch ungewöhnliche Wege, also indem man zum Beispiel für Ausbildungsberufe auch versucht Studienabbrecher ganz gezielt anzusprechen nach dem Motto okay, auf der einen Schiene hat es jetzt vielleicht nicht ganz so gut geklappt, aber hier haben wir spezielle Programme, Ausbildungsprogramme, wo wir euch sehr gerne auch abholen können. Sehr coole Idee. Gibt es noch so außergewöhnliche Konzepte? Ja, also die Tage der offenen Türe habe ich schon angesprochen, das findet dann hier in der Talentschmiede statt, die Geschichten hier rund um Girls Day zum Beispiel, die sind auch mal ganz interessant, wir haben das einmal für die Boys und einmal für die Girls bei Hans Gruhe wird auch sehr gut angenommen, zum Teil gibt es eben Kooperationen auch mit Schulen, insbesondere eben hier aus der Region, sei es, dass Hans Gruhe Leute hier im Unterricht das eine oder andere beitragen können, sei es, dass dann auch sprechen die Klassen, die eingeladen sind, also da gibt es schon die unterschiedlichsten Möglichkeiten, um auch einfach so ein bisschen den Mix herzustellen, einerseits aus der Region sozusagen und auch Präsenz in der Region zu zeigen, aber andererseits natürlich auch überregional auszustrahlen, also ich selber bin ja auch ein Beispiel dafür, dass man sich auch als Nicht-Badener durchaus hier in den Schwarzwald verirren kann. Wie sieht das aus, wenn du an eure digitalen Projekte denkst, arbeitet ihr mit externen Spezialisten auch über die Grenzen hinaus, also gibt es irgendeinen, der vielleicht auf Bali für euch programmiert oder wie seid ihr da organisiert? Also wir arbeiten schon mit einigen Agenturen zusammen, gerade auch wenn es in den Spezialbereich hineingeht, also auch zum Beispiel mit einer SEO, auch mit einer Social Media Agentur, zum einen eben was das Thema weltweit angeht, zum anderen aber auch dann die Länder, was dann lokale Themen angeht, bei der, bei allem, was so mit IT und dergleichen zu tun hat, auch da haben die Kollegen ihre entsprechenden Dienstleister, also ich glaube, wir sind da schon ganz gut vernetzt und es hat auch so für uns den Vorteil, dass wir auch glaube ich ganz gut so am Puls der Zeit dann auch sein können, weil sie ja doch immer wieder Dinge auch ändern, wir hinterfragen uns auch regelmäßig, also nehmen wir auch zum Beispiel jährliche Workshops machen, sind wir denn überhaupt noch richtig mit unserer Kanalstrategie, verändert sich da die Userschaft, müssten wir auf anderen Plattformen noch sein, Snapchat, was auch immer, wie sind wir da unterwegs und dann nehmen wir uns schon viel Zeit auch mit anderen Abteilungen zusammen und auch mit externen Referenten und durchaus als Workshop-Charakter erarbeiten wir dann und hinterfragen auch dann die Strategie, wir hatten jetzt auch erst im letzten Jahr eine neue weltweite Social-Media-Strategie entwickelt und aufgesetzt, implementiert, also wir versuchen da schon sehr stark auch die entsprechenden Impulse dann zu setzen und aufzunehmen. Facebook zum Beispiel war ja zu lesen und so ist es ja auch, wird ja tendenziell eher älter. Das ist jetzt durchaus für uns so jetzt mal eine gute Nachricht, weil ja normalerweise wer sich in Bata einrichtet, auch in der entsprechenden Lebensphase sein muss. Also da ist es jetzt gar nicht unbedingt so, dass es dann da der 18-Jährige sein muss, da darf es auch gerne dann derjenige ab 30 sein, 30, 35, 40. Aber so muss man eben ständig mal gucken und man darf auch nicht vergessen, wir haben natürlich auch Regionen, wo Facebook und Co und Google weniger wichtig sind. Ich denke jetzt an China, da sind dann wieder andere Plattformen entscheidend oder auch zum Teil, wenn ich an Russland denke, hat Yandex dann auch eine wichtige Rolle. Also das kann durchaus auch von Region zu Region schon sehr unterschiedlich sein, wie wir uns da auch stellen. Wie schaffst du es, also man muss das ja global betrachten, wie schaffst du es einfach auch auf dem Laufenden zu sein, was so die Märkte angeht, was dort Relevanz hat? Gibt es da bei euch interne Workshops oder gibt es da so einen Wissensaustausch, so ein Knowledge Management vielleicht? Ja, das ist natürlich tatsächlich die große Herausforderung. Also zum einen machen wir ja in der Zentrale respektive die Kollegen, mit denen wir da zusammenarbeiten aus dem internationalen Marketing, da sind wir mit involviert, gemeinsam mit den Ländern zusammen. Entsprechend werden da die Marketing Pläne aufgesetzt. Es gibt auch quartalsweise Reviews. Da kann man dann schon sehr stark, wenn man auch mit den Länderverantwortlichen spricht und wir sind in einem stetigen Austausch auch schon sehr stark dann die lokalen Besonderheiten gemeinsam herausarbeiten und dann auch gemeinsam entwickeln, wie man das Ganze eben auch digital bearbeiten kann. Dann haben wir entsprechende globale Marketing Meetings, auch durchaus hier in Schildtag, wo dann eben die Länder in unterschiedlichen Konstellationen, sei es die Geschäftsführer, sei es die Marketingleute, dann hier in Schildtag sind und wir dann auch hier noch mal vertieft über Spezialthemen sprechen können. Man muss da wirklich sehr intensiv rangehen an die Geschichte, weil klar, jeder Markt ist anders, das hat auch sehr weitreichende Konsequenzen, auch, ich sage jetzt mal, was das ganze kulturelle Thema angeht, das kulturelle Thema, es gibt eben bestimmte Länder, da ist es eben problematisch, wenn man den nackten Frauen Schulter von hinten sieht, da will der arabische Raum auch anders angesprochen sein als der europäische und die Amerikaner haben dann wieder ihre Vorlieben, also diese ganzen kulturellen Geschichten spielen da sehr stark mit rein, das Thema Kreation, Thema Media hatten wir schon angesprochen, es gibt halt unter Umständen auch andere Plattformen, die dann andere Angehensweisen sozusagen nach sich ziehen, also das ist schon ein dickes Brett und ohne das Know-how in den Ländern würde das auch überhaupt nicht funktionieren, weil das können wir selbst wenn wir 50 oder 500 Leute wären, das kann man in der Zentrale einfach so nicht mehr abbilden, da braucht es das Know-how aus den Ländern und da sind wir stetig dabei, auch Messen, KBC ist zum Beispiel in Shanghai eine wichtige Messe, chinesischer Markt, das sind so Sachen, wo man dann neue Impulse dann auch aufnehmen kann und neue Ansätze entwickeln, das muss man auch pflegen, weil sonst wird man einfach in einzelnen Märkten dann auch irgendwann abgehängt, weil die Konkurrenz schläft ja da auch nicht und da gibt es ja nicht nur den Grohe, da gibt es auch noch einen Dornbrach und wie sie alle heißen. Jetzt hattest du vorhin von digitale Transformation gesprochen, wie ist denn das bei euch im Unternehmen aufgehängt? also das ist digitale Transformation wichtiges Stickwort ist so aufgehängt, dass es einen Vorstand gibt, der sich damit intensiv beschäftigt, das ist der Frank Semmling und der hat unter anderem eine Abteilung digitale Transformation, aber die digitale Transformation betrifft hier nun alle Bereiche, das heißt es gibt hier Projekte, digitale Agenden, die sozusagen mit den einzelnen Abteilungen erstellt werden, sodass sichergestellt ist, dass hier wirklich die gesamte Unternehmung da auf dem richtigen Weg ist, sodass es also nicht nur ein paar Spezialisten sind, die sich dann irgendwie im stillen Kämmerlein irgendwelche Projekte ausdenken, sondern dass es wirklich alle Abteilungen erfasst und alle Abteilungen, das heißt dann natürlich inklusive auch Logistik und was da eben noch so alles hinten dran hängt und eben auch natürlich das Marketing ganz klar. Thomas, bevor wir in unsere Quick Q&A Session kommen, vielleicht noch die Frage, gibt es derzeit so ein Passion Project, an dem du gerade arbeitest oder das du gerade vorantreibst? Da gibt es tatsächlich mehrere, über eins haben wir jetzt gerade gesprochen, also digitale Transformation, insbesondere hier bei uns im Marketing, die etwas größere Einheit nennt sich Brand Management bei uns, wo so die wichtigsten Marketing-Abteilungen darunter fallen. Das ist jetzt tatsächlich so eine Geschichte, wo ich sagen würde, ja, da haben wir jetzt gute Schritte getan, das werden wir jetzt noch weiter treiben und da bin ich ja auch jetzt mal jenseits des Tagesgeschäfts sozusagen auch nochmal ganz besonders involviert. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit unserer kleinen Fragerunde. Ich würde dich einfach bitten, auf die Fragen mit einem Wort oder mit einem Satz zu antworten, also ganz kurz. Was ist deine Mission? Meine Mission ist, ich würde ganz gerne meinen ganz persönlichen Wirkungskreis ein klein wenig besser hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Talent weiß ich nicht, aber was wahrscheinlich viele überraschen würde, ist, ich lese in meiner Freizeit nicht nur Chemies und Biografien, sondern auch gerne Hardcore-Bilanzen. Hardcore-Bilanzen, spannend. Das ist tatsächlich eine Leidenschaft, das habe ich noch nie gehört, sehr schön. Ja, doch, das ist es und vor allem auch gerne Literatur darüber, ja, wo man auch was wie sozusagen welchen Winkel da stecken kann. Sehr cool. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Also, wenn es auch zwei Sätze sein dürfen, würde ich sagen, er weiß was und er kann es auch noch ganz gut erklären. Welcher Moment oder Rat hat er für dich einen nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben? Mein damaliger Volontärsvater, der hatte mal was Schönes gesagt, seinerseits ein Zitat, man soll sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht allzu sehr beeindrucken lassen lassen und das ist glaube ich ein ganz guter Satz um da auch ein bisschen gelassen zu bleiben im manchmal hektischen Alltagsgeschäft. Was ist das wertvollste, was wir von dir lernen können? Haltung würde ich sagen, wobei ich natürlich hoffe, dass man das nicht nur von mir lernen kann, sondern auch an ganz vielen Stellen, aber ich denke, das ist so das, was ganz wichtig ist unter all den Aktivitäten, die wir da so haben, dass wir uns genau darauf dann auch besinnen. Kannst du uns drei Internet-Resourcen oder Mobile-Apps nennen, die du für wichtig erachtest? Nicht originell, aber WhatsApp, also ganz, ganz wichtig, um wirklich da in Kontakt zu bleiben. strenger Nutzwert, meine Allianz Gesundheits-App, ganz schnell Rechnungen übermitteln, ganz schnell Antwort bekommen, super nutzwertig, super basic, aber super hilfreich, statt eintüten, losschicken, nachhalten und ja, Facebook würde ich auch nennen, wobei ich ja dann zu den Alten sozusagen gehöre, deshalb die Jungen dann den Kanal verlassen, aber da bin ich schon sehr leidenschaftlich unterwegs. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Ja, das ist ganz witzig. Ich habe nämlich jetzt ein Buch wieder rausgekramt, habe ich im Studium gelesen, also ist mir zufällig wieder in die Hände gefallen, also ich habe zwölf Regalmeter voll mit Büchern und ich habe da ausgemistet und eins aus meiner Studienzeit ist mir in die Hände gefallen, was damals durchaus eine gewisse Welle geschlagen hat, Francis Fukuyama The End of History, das war so ganz grob die These, das sozusagen mit dem Ende des Kommunismus die menschliche Geschichte eigentlich am Ende ist, weil was soll jetzt noch sozusagen, Freiheit ist hergestellt, was soll jetzt noch kommen, wurde auch oft in Frage gestellt und das Interessante daran ist, dass er so die Grundthese hat, dass eine wesentliche Triebfeder des Menschen der Kampf um Anerkennung ist und das ist in der Evolution so ein und dieser Kampf um Anerkennung, das ist dann schon wieder witzig, also da muss ich oft dran denken, auch wenn ich in Business Meetings oder so bin, das ist wirklich eine starke Triebfeder offensichtlich für viele Leute. Es gibt ja so sechs davon, also Sicherheit ist zum Beispiel eins und dieses, der Kampf um, oder die Anerkennung selbst, oder die, der Wunsch nach Bedeutsamkeit ist ein ganz wichtiges Thema, ja, absolut. Absolut, ja und wenn man die dann eben, also es ist eben wie ein richtiger Kampf am Ende, genau und man möchte eben auch die Anerkennung, man möchte sie auch, ich sage jetzt mal von den richtigen Leuten, damit es auch als wertige Anerkennung empfunden wird, also das ist schon, das ist schon nochmal ein ganz spannender Aspekt, auch wenn jetzt das Buch, das muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein, ich sage mal 1992, glaube ich, war da so die erste These zu diesem Thema, ist ja auch oft widersprochen worden, aber wenn man dann auch mal so die Gesamtgemengenlage sieht, Trump und was da so alles eine Rolle spielt, kann man auch mal wieder ganz gut sowas lesen, genau. Packen wir in die Show Notes. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für unseren Podcast hier empfehlen, wen würdest du gern selbst nochmal hören? Also wer da sicherlich spannend wäre, wäre mein Kollege der Hans-Peter Ketterl von BMW, der hat so nicht nur einen Schwerpunkt Marketing und auch Digital, sondern auch natürlich Autos, bei denen Arbeitgebers und auch Marathon laufen, also der ist eine ganz interessante und vielschichtige Persönlichkeit, das könnte ich mir super gut vorstellen. Dann könnte ich mir gut vorstellen, zweiter Tipp, Magdalena Rogel von Microsoft, die einen sehr spannenden Weg genommen hat, von der Erzieherin in einer Kita, von der Kindererzieherin nebenzu einer der wichtigsten Digitalmanagerinnen bei Microsoft in Deutschland und mein dritter Punkt hier aus der Region oder meine dritte Empfehlung, das ist der Finanzvorstand hier der örtlichen Volksbank, der hat nicht nur eine wahnsinnige Leidenschaft für Oldtimer, Klassiker-Rennen teil, auch sehr erfolgreich teil, sondern der treibt hier auch ganz handfest in der Region das Thema digitale Transformation voran und da gibt es ganz spannende Ansätze, wie auch eine regionale Volksbank sich über Alexa und andere Voice Search positionieren kann, das ist dann schon mal ein wirklich sehr spannender Aspekt, auch mal von den etwas kleineren in Anführungszeichen her gesehen. Wen sprechen wir da an? Wen ihr ansprechen wollt? Vorstand der Volksbank, welche Person? Andreas Herz ist der Finanzvorstand, genau. Super. Thomas, damit sind wir am Ende des Interviews angekommen und ich würde dir gern das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Ja, ich würde sagen, Carpe Diem und zwar am besten mit beiden Bedeutungen, nutze den Tag, aber genieße auch den Augenblick. Schön, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich danke auch. Vielen Dank.